15.10.2018, 10.47 Uhr. Wir haben heute in diesen wenigen Stunden dieses Morgens bereits mehr Price Action nach oben gesehen beim Bitcoin als in den letzten zwei bis drei Monaten zusammenfasst sogar, wenn man diesen Anstieg von den 6.000 auf 7.200 damals mit ausnimmt. Wir machen jetzt ganz ein kurzes Update zu dieser Situation, weil die Lage ziemlich angespannt ist wegen den ganzen Tether News, die da so im Umkreis sind und deswegen habe ich einfach mal ein paar Charts vorbereitet und auch ein paar Posts, wo wir jetzt eben drauf eingehen. Ja, was haben wir konkret gesehen heute? Ihr seht im Hintergrund, ich habe alles beschriftet. Wir fangen mit dem Bitfinex Chart an. Bitfinex ja die Börse, wo zur Zeit am meisten Gerüchte im Umlauf sind, da Bitfinex ja auch nicht ganz offiziell, aber eigentlich weiß es schon jeder, mit Tether verknüpft ist. Wir haben bei Bitfinex heute einen Preisanstieg gesehen von 23%, sprich von 6.300 Dollar auf ein Tageshoch, also ein Tageshoch bis zum jetzigen Zeitpunkt von 7.782 Dollar. Das ist immens. Wir haben hier diese Widerstandszone noch, also diese Supply Zone nennt man das, Angebotszone. Wir hatten hier diesen Abverkauf und wir erwarten, wenn wir natürlich wieder in diesem Bereich hier nach oben gehen, auch wieder einen Abverkauf. Das war jetzt mal die ultimative Endstation dieses Pumps bis jetzt. Was daran aber besonders ist und was eben viele Leute in Aufruhr versetzt, sind die anderen Börsen. Wenn wir uns nämlich Coinbase ansehen, dann sieht der Pump jetzt nicht so spektakulär aus. Coinbase ist keine USDT, also keine Tether Exchange. Da wird Bitcoin wirklich gegen reale US-Dollar gehandelt oder eben auf eurer Euro-Plattform gegen Euro. Wir haben auch noch den Bitmax-Chart und der Bitmax-Chart sieht eigentlich gleich aus wie der Coinbase-Chart und man muss ehrlich sagen, der Bitmax-Chart sieht in diesem Fall einmal als einiger der wenigen organischen Charts aus. Normalerweise hat man bei Bitmax immer diese extremen Ausreise gesehen, bedingt durch den hohen Hebel, aber Bitmax sieht unspektakulär aus. Wenn ihr diese zwei Charts vergleicht, wenn wir uns hier eben Bitfinex ansehen und natürlich auch Binance, also ich habe den Binance-Chart jetzt nicht mit, generell die USDT-Paare auf Binance und auf Kraken, die haben den gleichen Anstieg gesehen. Bei Bitmax sieht das Ganze wenig spektakulär aus. Wir sind hier in der Range, wir haben den Support hier etabliert. Wir sind zum Support zurückgekommen und haben jetzt einen Pump gesehen bis ans Ende dieser Range. Das war bei 6.789. Das war ein Anstieg von 10% knapp im Vergleich zu 23% bei Bitfinex. Was jetzt auch interessant ist, ist folgender Chart. Wir sehen hier den USDT zu USD-Chart. Das heißt, das ist der Tether-Chart. Ihr wisst, Tether ist ein Stable Coin. Das heißt, er sollte eigentlich auf einen Dollar fixiert sein im Vergleich zum US-Dollar, da die Leute da ihre Profits oder je nachdem ihre Dollarreserven in diesem Coin safen wollen. Und was wir eben hier gesehen haben, will man eigentlich nicht sehen. Bei Kraken war das nochmal ein Negativbeispiel im Vergleich zu anderen Exchanges, was nicht so dramatisch wie auf Kraken. Aber wir haben hier einen minus 14,53%igen Abfall eines Stable Coins gesehen. Das heißt, wenn jetzt hier konkret wer irgendwie 100.000 Dollar gehalten hätte, mit dem Hintergedanken, dass sein 1-Dollar-Wert immer fix gesetzt ist, hätte der in dieser Zeit schon mal knapp 15.000 Dollar verloren in einem Stable Coin. Ja, es weckt ein wenig zur Besorgnis, wenn es bei Kraken passiert. Was könnte passieren, wenn er es vielleicht mal bei Binance auch so einen starken Dump nehmen würde? Deswegen ist dieser Chart für mich ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Wir sehen auch hier zum Beispiel einen Alkohol. Ich habe jetzt hier mal IOTA rausgenommen. Auch wieder das Tether Paar. Also auf Binance wird IOTA ja auch gegen USDT gehandelt. Und ja, also ich glaube, da braucht man nicht so viel dazu zu sagen. Dieser Chart sieht einfach extrem beschissen aus. Wir haben hier eine Supply Zone gesehen. Wir hatten einmal Resistance, dann diesen riesen Pump durch auf 71 Cent hoch von 50 Cent. Und in der gleichen 1-Stunden-Kerze nach diesem massiven Seller 26 Prozent. Das heißt, keiner weiß so recht am Markt, was los ist. Viele verkaufen aus Panik. Viele kaufen aus Panik, weil sie irgendwie von Gerüchten gehört haben, dass es um Tether nicht mehr allzu gut aussieht. Wie sehr das jetzt stimmt, kann man noch nicht verifizieren. Wer schon länger im Kryptomarkt ist, weiß, dass es regelmäßig solche Gerüchte und solche Panikattacken gab seitens Tether. Also das passiert meistens alle so 3, 4, 5 Monate. Kommt entweder eine neue Research Study raus von irgendeinem Professor, der irgendwie belegt, dass der Bullrun nur durch Tether fabriziert wurde. Oder eben so wie heute, dass irgendwer weitergeleitet hat von einer Telegram-Gruppe, dass Binance Tether D-Listen wird. Ob das Ganze jetzt so schlimm ist, kann man von diesem Moment aus noch nicht beurteilen. Was wir aber auf alle Fälle beurteilen können, ist, dass die Unsicherheit und Panik am Markt sehr groß ist, wenn wir uns solche Charts ansehen. Ich habe auch hier noch einen Screenshot von Twitter. Da sieht man das auch noch ziemlich gut. Wir sehen hier unten zwei Bitfinex-Statistiken. Das heißt, das Interesse am Markt ist nach diesem Fake Pump ziemlich dahingeschwunden. Wir haben logischerweise 8.000 Shorts gehabt, die geschlossen wurden, aufgrund der starken Preisansteigerung. Aber auf der Umkehrseite haben wir auch extrem viel Longs gehabt. Also knapp bin ich unter der Hälfte an Longs, also 3.000 im Vergleich zu den 8.000 Shorts, die eben auch geschlossen haben, weil die wahrscheinlich auch sagen, okay, ich weiß jetzt nicht wirklich, was da mit Tether abgeht. Ich will eigentlich nicht direkt im Markt sein. Und wir haben auch hier schon die ersten Artikel von den diversen Kryptomagazinen, wo man auch sieht, dass im generellen aufgerechneten Kurs von Coin Market Cap Tether 3% im Minus ist. Was mich hier auch ein wenig stört, ist, was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, es gibt bei Bitfinex seit knapp ein, zwei Monaten, teilweise sogar schon länger, also seit drei, vier, fünf Monaten, diese Abhebungsprobleme. Das heißt, es gibt da einige Leute, die vor allem auf Reddit, es gibt auf Reddit einen ganzen Summeltrad sogar, von Problemenberichtnern, die eben von Bitfinex direkt Fiat abheben wollten. Das schreiben teilweise Leute auf Reddit, die irgendwie 75.000 Dollar von Bitfinex abheben wollten und seit zwei Monaten einfach auf das Geld warten. Bitfinex antwortet eigentlich auch immer fleißig in diesen Trads. Der Supporter ist da immer relativ couragiert. Es wird immer gesagt, sie haben Probleme mit der Hausbank, sie können direkt nichts dafür, aber man sollte sich keine Sorgen machen. Sie haben auch bereits in ihren Wallets gezeigt, dass sie wirklich noch extrem viel Funds haben. Also ich glaube auf keinen Fall, dass sie insolvent sind. Jeder, der Bitfinex kennt, weiß, dass da Millionen an Dollar liegen. Die Frage ist nur, was ist konkret mit den Beziehungen zu den wirklichen Banken los? Das sieht so aus, wenn wir uns auch die Nachricht ansehen mit der HSBC Bank. Da ist immer weniger Banken anscheinend mit Bitfinex zusammenarbeiten wollen. Wir hatten letztes Jahr Wells Fargo, die eben alle Transaktionen bzw. zusammenarbeiten mit Bitfinex von heute auf morgen gekündigt haben. Und wir haben jetzt eben hier auch wieder sehr viele Nachrichten, wo Leute eben schreiben, ja, hier zum Beispiel 30.000 Dollar fehlen, ist einfach ungut. Und deswegen würde ich auch zur Zeit absolut nichts auf Bitfinex machen. Generell würde ich in der jetzigen Lage erstmal abwarten. Der Chart sieht jetzt nicht so extrem bullish aus auf den normalen Börsen sozusagen, also auf den nicht USTT gehandelten Börsen. Wir müssen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist nämlich auf alle Fälle kein organisches Geschehen, weil dieser riesen Pump anscheinend dadurch kreiert wurde, dass extrem viele Leute einfach ihre Teller loshaben wollten und in Kryptowährungen gehen wollten. Denn, ja, falls ihr ja das Spiel kennt, die Reise nach Jerusalem, wo man einmal um den Tisch geht und irgendwie fünf Leute auf vier Stühlen Platz nehmen wollen, wenn ihr euch das Ganze vorstellt als USDT, dann ist das ungefähr dasselbe. Es wird irgendwann so enden, dass einer vielleicht in USDT sitzen bleibt und die anderen noch schnell rauskommen, weil sie eben noch Bitcoin kaufen. Das sind die Leute, die auf den Stühlen Platz nehmen und irgendeiner wird es erwischen, wenn es hochgehen sollte. Das war vielleicht das Panic Selling, was wir gesehen haben. Ob Tether jetzt direkt hochgeht, weiß ich nicht. Es ist nach wie vor ein wenig dubios, die ganze Geschichte auch in Verbindung mit Bitfinex. Meistens ist es aber so, dass wenn wirklich jeder schreibt, dass jetzt bald Tether platzen wird, passiert sie ja nicht. Also das passiert ja von heute auf morgen, ohne dass es uns einer mitkriegt überhaupt. Und deswegen würde ich sagen, wir berühren uns erstmal, wir schauen uns den Chart in knapp sechs, sieben Stunden nochmal an. Dann dürfte das alles verdaut sein, dann dürften wir eventuell neue Nachrichten haben, was Tether betrifft, was Binance betrifft. Ich denke, dass gerade der Binance CEO, also der CZ, da auch ein Statement abgeben wird, wenn so viel Fake News erbreitet werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin im nächsten Video, euer Technik Krypto.